Das zu veräußernde sanierte Mehrfamilienhaus steht in Großumstadt. Das im Jahr 2012 erbaute Gebäude wird über eine Etagenheizung beheizt. Das Haus verfügt über zwei Parkplätze. Das Haus verfügt über zwei Parkplätze. Eine Grundstücksfläche von ca. 549 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 553 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 1.150.000 Euro zum Verkauf. KP International steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. .